Schieb das Steißbein hoch und lauf mit den Händen zu den Füßen. Roll nach oben hoch. Nächste Variation. Du kannst es genauso nochmal machen. Roll ab und schnell nach vorne. Okay, jetzt der Fuß unter den Bauch. Ran und weg. Wenn du willst, springst du von einem Fuß auf den anderen. Du springst, springst. Okay, und bleiben. Und Schieb das Steißbein nach oben. Lauf mit den Händen zu den Füßen. Roll nach oben hoch. Letztes Mal abrollen. Lauf nach vorne in die Planke. Parallele Arme. Beug die Ellbogen. Streck die Ellbogen. Und nochmal, Ellbogen sind parallel. Einer noch. Schieb das Steißbein hoch. Und lauf. Und roll nach oben hoch. Geschafft. Locker aus. Ganz locker. Ganz locker. Und dasים. Tschieb das Steißbein. Untertitelung des ZDF, 2020